Hallo, hier ist Jörg von mydoc365. Ihr habt uns ganz viele, ganz tolle Fragen geschickt und die möchten wir beginnen zu beantworten. Eine tolle Frage haben wir heute und wenn ihr das Video gefällt, freuen wir uns riesig über einen Daumen hoch und wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, abonniere gerne unseren Kanal. So, heute hat uns Frau Florentine geschrieben und sie schreibt, durch Kameraaufzeichnung im Wohnzimmer sehe ich, dass mein Hund nachts alle 15 bis 20 Minuten die Position wechselt und kurz wach ist. Meine Frage, wie lange schläft ein Hund in der Regel durch und was kann ich tun, dass er einen tieferen Schlaf bekommt? Ja, spannende Frage. Wie sieht das eigentlich bei deinem Hund aus? Wie schläft der eigentlich? Hast du das schon mal überprüft, kontrolliert, auch mit der Kamera vielleicht oder hast du es einfach beobachten können? Oder wachst du es selber auf, wenn dein Hund aufwacht? Das ist ganz, ganz interessant, weil es auch sehr, sehr unterschiedlich ist. Hunde haben zwar ausgeglichen durchschnittlich alle ungefähr dasselbe Schlafbedürfnis, so um die 18 Stunden herum oder bis 18 Stunden bei ausgewachsenen Hunden, aber was sie genau machen, während sie dann schlafen, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt einige Hunde, die träumen zum Beispiel ganz, ganz intensiv und schlagen intensiv mit den Pfoten. Andere schlafen einfach durch, andere wiederum wachen kurz auf, drehen sich wieder oder suchen auch eine ganz andere Position auf. Wie oft das allerdings passiert, da gibt es keine genauen Zahlen darüber. Nur nach meinem Empfinden sind 15 bis 20 Minuten, dieser Rhythmus von 15 bis 20 Minuten, doch eher nicht so durchschnittlich, sondern schon ein bisschen außergewöhnlich. Es gibt halt zwei Dinge, auf die man achten sollte, wenn der Hund schläft. Also wenn ein Hund wirklich nicht schläft oder zu wenig schläft, auffällig zu wenig schläft oder wenn er schläft, halt sehr, sehr unruhig ist, dann sind das schon zwei Symptome, wo man sagen muss, okay, da muss ich irgendwie mal was untersuchen, mal überprüfen. Wenn ein Hund grundsätzlich zu wenig schläft, dann deutet das ganz eindeutig darauf hin, dass er eine Problematik hat, vielleicht auch eine neurologische Problematik oder einfach nur Stress. Er ist einfach sehr angespannt, es passieren sehr viele Dinge in seinem Leben, vielleicht ist er gerade umgesetzt worden in einen neuen Lebensraum, vielleicht ist er importiert worden, kommt aus dem Tierheim oder was auch immer. Dann ist es normal, dass Hunde erstmal weniger schlafen. Wenn ein Hund jedoch in einem Rhythmus von 15 bis 20 Minuten immer wieder aufwacht, dann würde ich das überprüfen und zwar ist es höchstwahrscheinlich so, dass der Hund sich irgendwie unwohl fühlt, dass irgendwelche Stressoren ihn plagen. Das Wahrscheinlichste, also meine gefühlte Statistik wäre jetzt, ich würde unbedingt überprüfen lassen, ob er nicht vielleicht Schmerzen hat, chronische Schmerzen. Du musst bedenken, dass Hundehalter bei ihrem eigenen Hund chronische Schmerzen im Gangwerk oder im Rücken so gut wie nie erkennen. Würde ich bei meinem Hund auch nicht, weil es einfach schleichend kommt und Hunde diese Schmerzsymptomatik verbergen. Man sieht es also einfach nicht. Das findet meistens erst ein Tierarzt heraus und manchmal auch erst, indem er dem Hund einfach mal probeweise über ein oder zwei Wochen ein Schmerzmittel gibt und dann guckt, ob der Hund sich dann anders verhält. Was du natürlich auch machen könntest, ist zu überprüfen, ob die Unterlage, auf der dein Hund liegt, überhaupt attraktiv genug ist. Also wenn es wirklich nur ein Fliesenboden ist und dein Hund ist kurzhaarig, dann wird es wahrscheinlich sein, dass er nur mit einer dünnen Decke sich auch nicht richtig wohl fühlt und sich dann immer wieder umplatzieren muss. Denkt daran, dass vor allen Dingen ältere Hunde es lieben, auf sogenannten orthopädischen Matratzen zu liegen. Das sind also Matratzen mit einer Unterlage, die nachgeben und sich der Körperform des Hundes anpassen. Also mein Favorit, wenn mit deinem Hund etwas nicht in Ordnung sein sollte, würde ich sagen, okay, Schmerzen sollte man überprüfen. Und das, wie gesagt, beim Tierarzt und nicht einfach nur selber. Gucken und überlegen, ob er Schmerzen haben könnte. Wie gesagt, das sieht man nicht. Weiterhin kannst du dann überlegen, ob dein Hund noch weitere andere Stressoren ausgesetzt ist. Ja, ob er vielleicht tatsächlich hungrig ist oder ob er über- oder unterfordert ist. Ob er mit irgendjemandem chronischen Stress hat, vielleicht in der Familie oder mit einem Nachbarshund. All das ist möglich. Und dann denk daran, das kann auch sein, dass dein Hund einfach ein Individuum ist und einfach so einen Schlafrhythmus hat. Es kann also wirklich sein, dass bei deinem Hund alles in Ordnung ist und du nichts ändern musst. So, schreib doch gerne mal in die Kommentare, wie dein Hund so schläft. Das war's für heute. Tschüss, dein Jörg.